das war noch zeit was anderes die klusen ein bisschen näher dran als die bei der range ist mal was anderes genau ja das hat sich gelohnt ja dann über pitching nach healing oder andere option wäre andere bossen dann nach norden aber jetzt sollten wir aufmachen würde zu meiner ja gut dann machen wir das doch wenn hier du rennst in Kränen direkt rein Achtung ich habe sie gesehen ich habe letztens versucht intelligent zu sein mit meinem Crossbow Shotball in dem ich den hinter die Gegner geschossen habe der hoffnung dass die dann die andere richtung gucken und denken da kommt einer von da hat aber nicht funktioniert die haben trotzdem in unsere richtung ja ja gut gelaufen war auch hier und da hinten habe ich hier auf die church geschossen und die saßen hier vorne auf der mauer die wussten nicht dass wir da sind erst aber dann auf der mauer sitzen geblieben und haben in unsere richtung geämmt eigentlich haben wir irgendwie den pfeil fliegen hören oder so ein schwachsinn reynard mit ausgang hier sind zombie gespawnt gerade hier war noch keiner das ist immer noch überhaupt so ist das ist ein bisschen blöd eigentlich also so verlässlich finde ich diese anzeige echt nicht mehr wir hatten nämlich letztens tatsächlich eine situation wo jemand gewohnt viel gespawnt ist und da waren dann gegner ja die spawnen halt teilweise so schlecht das ist äh dass du direkt vor denen stehst und dann äh erst spawnen sage ich mal und in dem moment ist das bei den anderen dann wahrscheinlich auch so es liegt dann an der server performance kann sein aber trotzdem auch ist es mir auch mal passiert dass ein armor despawn ist obwohl ich noch im compound war also na despawn habe ich glaube ich jetzt noch nicht gehabt das steht wahrscheinlich seltener wahrscheinlich aber ich ich frage die direkt in einem drin spawnen oder so das ist schon ein paar mal passiert das ja die tats armor oder links und ein elben auge das ist im linken haus ist und dass da keine leute sind zumindest mit direktem line of sight zu mir aktuell water devil hier rüber naja auch water devil müssen wir ganz links rum gehen bei alain bei alain 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 aber eher ein frauenname alain ja und also wenn derjenige der das verwaltet hier eine frau wäre wirklich ein bisschen wundern in der zeit das ist ja auch ein nachname wahrscheinlich sogar ja aber alle sagen immer ellen vielleicht heißt es ja tatsächlich allein das fenster ist so verspiegelt dann sehe ich oben wieder nichts rechts von unseren krähen einer sicht theoretisch ja in dem moment würde ich dann auch recht schnell mich richtung compound bewegen so lange vielleicht noch reise vielleicht heben die ja gar nicht direkt auf dann sollen vielleicht sind wir noch ein stückchen dieser ausgang direkt oben im norden machen die wenigsten eine hilfe im bootshaus auch ungewöhnlich alles muss sich doch mal also banish türe aufzumachen der seite von compound auf der nordseite des ich bin mir fast schon sicher dass ich hier gerade eben was gehört habe nein hier steppt auch einer drin pass auf den schlitz auf jetzt serpent bist du die bounty ja lebt hier im eck würde ich sagen hast du den schlitz im schlitz ab gerade also ich sehe nicht kann ich richtig rein sehen nein ich meine quasi direkt davor stehen ja wenn die direkt drin sitzen dann haben die uns wahrscheinlich schon gehört warten die nur da läuft einer unterhalb kommen wahrscheinlich gleich die treppe hoch island fenster kaputt geschossen hier im wasser und irgendwo wahrscheinlich die die im norden eben waren im nordosten sind jetzt oben lang gelaufen leider nicht leise wollten ich komme kurz zu dir weil dann schlitz wieder aufs haus muss nur da dann darauf achten dass keiner von da oder so jetzt kommt leider nicht leise wollte das fenster wieder über uns ich hoffe es mal zwar schnell wird langweilig ich weiß nicht wie nah der dran ist ich höre es nicht mehr auch nicht doch jetzt kann man mit dem shot bolt da vorne ins andere haus rein schießen ah ne jetzt kommt er ja jetzt kommt er mal links runter er kommt aber oben rum einer da wollte glaube ich auch gerade die rampe hoch also die da also die da mhm gut schön shotgun und sparks ja gut jetzt wissen die anderen so oder so dass wir da sind er hat eine rival gehabt kann man auch die krähen hier ignorieren mal den schlitz rein nehmen weißt ehrlich gesagt nicht ob da überhaupt leute drin sind irgendwie ich auch nicht ist mir das zu leise aber wer weiß das schon ja eben hier liegt ne leiche ok ja aber die könnte ja auch schon wen gekillt haben ja aber ne bell und stone hand hier unten ist offen krähen osten südosten hier unten keinen drin ah das war meine fall damage kurz heilen dann pushe ich von der seite hier rein ich glaub die die äh andere bounty kommt eventuell ja die andere bounty ist jetzt in darrow wir checken kurz einmal das das boss leer wenn hier keiner ist dann gibst du auf bleibst hier hier liegt noch ein toter und dann gehe ich ins ins andere house rüber obwohl na die haben eh boost dann wissen die ja sowieso dass wir na egal aber aufheben würdest du trotzdem gerne weil das ist meine weekly ja ja kannst ruhig machen äh daily ist meine ich natürlich die schießen von hinten von der brücke und ich bin gerade in so eine random concertina trip mein reingelaufen die hier im gebäude liegt war halt einfach so mitten im haus und genau in dem moment wo der andere auf mich geschossen hat oder zumindest auf mein fahrer aua fuck you mit scheiß fallen hier an um die immer noch ja ja die sind jetzt beim wagen ja ja die sind jetzt beim wagen versuch mal was zu werfen soll ich zu dir rüber kommen kein hit einer hit leider kein kill ja die sind die sind da wo das fast normalerweise ist fuck der typ hat mich grad hurensohn genannt alles klar solche typen sind das also gut zu wissen über die seite unten im hof achtung hier ist concertina die fede hat einen hit aber ich kann jetzt nicht mehr pieken der ist tot ist wahrscheinlich an der half gestorben okay der andere muss eigentlich auch da drüben sein die richtung grob wo hast du den gekillt er ist in der hütte da drin der armort ist gerade da hinten um die ecke gesprintet könnte sein dass es der armort war ja der fightet gegen ihn ich fläche kein hit der ist da hinten unten unten drin also hinter hinterm zaun kein hit meine krähen waren das das brennt ist auch ein schlitz da ja ja genau da habe ich eben auch hingeschossen ich höre mal eine sticky ist jetzt da bei der rampe der unten rum gelaufen ja ne ja der ist jetzt oben auf dem dach ok ok genau wie bei mir hat er fast bei mir geschossen ich bin unter ihm quasi ich bin unter ihm quasi ja er zielt auf mich hat mich auch gehettet ich muss heilen hat sich geheilt ich muss heilen hat sich geheilt so noch ne choke nur noch auf dem dach aber ich glaube der ist der rückseite oder so viel ist es aus leider kein feuer der ist aber immer noch auf dem dach der ist aber immer noch auf dem dach der war saftig der ist brennt wieder der ist brennt wieder ich habe ein schiebetor aufgemacht ok das wird wahrscheinlich das im hof sein oder oben oben ne der ist drüben 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 ja der ist da auf dieser brüstung nordseite ich sehe leider gerade nicht viel ruhe bitte jetzt ist er wieder in dem haus da mhm ich habe einfach mal pre-fired kein boost mehr ja hier ist leider so ne blöde choke ah ne die gar nicht die ist gar nicht mehr im weg die choke hier unten ist vorbei ähm ich glaube die fehle ist schon fertig ups fall damage ja der muss eigentlich oben im haus eventuell so ein bisschen auf der rückseite oder so sein ich habe nochmal äh ja fehl ist es komplett ausgebrannt also der kommt auch ne kann braucht auch nicht mehr für die zurück kommen aber er geht nicht zum zum ausgang ja der erhofft sich wahrscheinlich schon dass er noch einen erwischt weil ich weiß leider nicht genau wo er ist ob der ist im haus hier oben drin ja wahrscheinlich ne unten unten ist er wieder da wo die rohre nach oben gehen ok komfort er rotiert wieder also ist wieder nach hinten rotiert würde ich sagen würde ich sagen ich bin hier die treppe jetzt hochgegangen meinst der ist oben oder unten er ist eher unten aber ich bin mir nicht sicher er ist hinten beim ausgang ja der ist im ausgang gelaufen ok willst du noch probieren zu snipen irgendwie oder wir könnten es versuchen aber wir haben ja beide nicht so sehen dann von hier aus kann ich ihn nicht sehen also ich kann den ausgang sehen aber nicht ihn ja jetzt ist es auch raus ein rotes auto kenne ich irgendwo ja sag mir was hier mit dem roten halsband ja gut ja dann gebe ich mal auf dann loote ich noch den einen typen der hier noch tot liegt den ich eben nicht gelootet habe kannst du mir kurz die türe aufmachen ja ach und hier stehen ganz viele rote fässer drin ich habe zwar noch nichts gesehen aber vorsichtig bekanntlich die mutter die rote fässer ja ich bin ja auch eben schon hier ist auch noch einer ja den habe ich eben schon gelootet einmal hat der irgendeine tolle waffe oder so ah ne der ok ne ich habe den gesehen den anderen habe ich nicht gesehen dann fehlt noch einer der ist ausgebrannt hier der typ ja den habe ich angezündet gehabt ok ok all clear boltrush scapula haben die vielleicht getradet hier die dudes einer fehlt mir aber noch also der eine hier draußen vielleicht ist oben einer Lebelle und Pax äh messer ja gut eben anderen gebäude waren ja auch noch fallen drin ich würde jetzt einfach nochmal kurz hier special ammo ja ich habe meinen crossbow nicht als einziges mal benutzt ich habe beide kills damit gemacht der andere ist an irgendeinem Vieh gestorben das heißt da kriegen wir nichts für und der andere ist geflohen ja mal noch clear war noch clear ähm ja also wenn da nicht ein solo dabei war dann fehlt mir eigentlich noch einer dann zünde ich die doch einfach mal an bringt zwar jetzt nicht viel mehr aber so naja liegt bestimmt hier irgendwo rum haben wir nur noch nicht gefunden auf dem Dach oder so hier liegt ach ne das ist nur eine Handcannon ok nur random Handcannon liegt hier rum wenn du unbedingt eine möchtest nein gerade nicht gerade nicht hier 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 bei bounties ist allgemein recht selten mhm putzeln auf jeden Fall alle noch gut hier ja ich habe die jetzt mal angezündet zumindest die wo wir nicht wissen dass sie zu einem Team gehören mhm beiden habe ich jetzt verschont ja verschont in dem Sinne dass sie ja eh schon tot sind und nicht mehr wieder kommen können falls jetzt hier noch irgendwo in weiterer Entfernung jemand wartet das aha hat er uns was zurückgelassen hat ein netter Kollege ich würde jetzt gerne wissen ob er derjenige auch war der der dich beleidigt hat nee oder ob das der den ich gekillt habe all denen die du gefilterst du oder die KI das geschieht ihm recht du du hast dazu du hast